Und du lebst ja unsexy, ist ja dein zweiter Vorname eigentlich, Margot. Ja, ich bin sehr, sehr unsexy. Das ist überhaupt nicht wahr. Also viele sagen ja, dass ich im Herrenpfummel doch überraschend attraktiv bin. Ja, nee, das kann ich gar nicht bestätigen, Margot. Ja, du kannst das wirklich nicht. Hast du dich mal von hinten an einer Kaffeemaschine stehen sehen? Ja, das ist doch erotisch. Kein schöner Einblick. So, Margot. Die Leute sollen mich auch nicht von hinten an einer Kaffeemaschine stehen sehen. Aber weißt du was, du kannst, da wichse ich immer drauf, wenn ich dich das stehen sehe, ja.